...startet. Bild habt ihr gleich wieder. Das ist halt, wie gesagt, ein bisschen komisch im OBS. Aber Game is running. Let's go. Let's go, Alter. Mit T heilen, das dauert dann 5 Sekunden, aber du kannst beim Rennen heilen. Okay. Curry Trout, vielen Dank. Hau rein, Alter. Gute Nacht. Schön, dass du am Start warst. Was ist denn das für eine Zone, Dementoren von Harry Potter? Ist halt echt so. Ach, schön, ey. Ich finde das Spiel lustig. Keine Ahnung. Für zwischendurch. Warum nicht? Ist auf jeden Fall nicht, ja. Hat mega nice, also war mega lustig. Nices Feeling auch so. Ja, eben. Oh, da sind wir schon. Let's go, Alter. Moin. Ja, ich hab schon eine Pizza, Mann. Geil. Ja, sicher, Alter. Runde safe. Alter, ich hab Enten auf meiner Unterhose. Wie geil ist das denn? Boah, guck mal, eine Grenade hier oben. Haben wir eben was? Nee, ne? Na. Mach weiter. Raus aus dem Fenster. Alter, ist ja gar nichts. Ist doch eine Scheiße. Okay, laufen wir mal zu den Häusern. Let's go. Auf geht's. Aber sind in diesen Bunkern einfach so stationäre Geschütze? Ich weiß es nicht. Der hat einfach rausgefallen wie sonst was. Links ist auch ein Auto, sehe ich. Das steht da auf der Straße. Was für ein kleines Auto vor allem. Vor allem, wie langsam diese Autos sind. Ja. Okay, Enten unter Hose, will jetzt den Sieg holen, Leute. Tone wird kleiner. Ab ins Haus. Was haben wir denn hier? Ich hab eine Waffe auf jeden Fall. Ich glaube noch nicht. Hat gern. Ich höre ein Auto. Weißt du das? Nee. Da fährt ein Auto. Weißt du das nicht? Brummen, Alter? Ich höre nur die Grillen. Ernsthaft? Ja. Muss das ein Bug sein? Und das Fenster auf. Oh, mein Arsch ist schon mal safe. Achso, das ist das Auto hier. Loll, da kann man mitfahren. Ja, ich hab ja auch ein Auto stehen. Du auch. Ja, Loll. Ich bin gerade mit meinem Arsch am Auto fest. Oh, kann passieren. Rein da. Was haben wir denn hier? Wer ist? Oh, nice, Alter. Ich hab irgendwie... Wenn du Visier findest oder so und das nicht mehr brauchst. Alles klar. Er fährt erstmal mit der Karo. Jetzt hoch. Kommst du mit Cypher? Ich hab den Scope für dich. Ich hab den Scope für dich. Der Scope ist ein Bunker. Echt? Ja. Moin. Moin. Ups. Oh, geil. Wow, Cypher ist, Alter. Guck mal, warum? Okay, komm mal. Okay, bring's lieber. Loll. Danke, Mann, Alter. Okay, das Visier ist geil. Dankeschön. Guck mal da hoch. Das ist halt ein Bunker, ne? Das ist ein Bunker, Alter. Jo, was geht ab, Alter? Was geht ab, Alter? Cuisin Royale geht ab, Mann. Gibt's jetzt Duo und Squad, Mann. Ich weiß nicht, ob du das Cuisin Royale schon mal reingeschaut hast, aber das ist ja mega lustig, das Game. Vielen Dank für deinen Sub, jedenfalls. Sechs Monate schon dabei, Alter. Der Bekloppte. Wo sind wir hier, Alter? Können wir hier rein? Loll, ist ja voll die Base, Mann. Ist das ein Bunker jetzt, oder? Oh, Leute. Wohne rein, Brotter, Vital, das ist go. Let's go, Alter, auf geht's, hallo, was geht ab? Die Luftwaffe, M-D18. Kann man das irgendwie noch looten? Das kann man sich mal angucken, oder? Ne. Doch, doch, das kann man looten. Das geht. Das ist nur irgendwie verpackt. Ich brauche das. Aber wenn du in der Wand bist, drinstehst, dann... Ich brauche das. Cyphus, bitte. Ich brauche das, Cyphus, das ist meine Munition. Was passiert da gerade, Alter? I need cover reloading. Alles klar, Goose Lock hat sich selbst gekillt. Okay. Alles klar, Mann. Kann man sich mit dem Messer selber killen? Ne. Ja, doch. Escape and suicide. Loll. Scheiße, Mann, da kommt nix. Komm schon. Ja, komm. Okay, ich glaube, wir müssen hier raus. So ready? Was war das denn? Moin. Wo ist es auch mit der Zone? Also sind wir ja mega drin. Weil ich glaube, hier vorne sind welche drin in der Stadt. Sicher? Nö. Juhu, diese Pfanne hinten am Arsch, die ist halt so sexy. Ist halt so nice. Da muss auch mit dem Arsch vorausgehen. Ich hab dich, Mann. Ich pass auf dich auf. Oh, da. Da, da. Da, da, da. Ich treffe dich. Okay. Äh, äh. Leute, der checkt ja gar nix. Der checkt echt nix. Ich hab ne Granate. Wie werfe ich die? Ich hab ja auch bis selber gehorfen. Hast du ihn? Ja, ja. Okay. Was hat der denn alles, Alter? Ach, ne, Lila ist immer besser, ne? Stimmt. Lila ist besser. Warte. Seifes, warte doch. Lass mich auch ein bisschen Rüstung haben. Nein, jetzt hast du meine Waffel. Jetzt hast du meine Waffel. Ja, okay. Drop ja was. Nein, du hast meine Waffel. Ah, jetzt. Okay, hier. Nee, ich hab meine MP18, ne? Okay. Sieht ihr noch irgendwo MP18, Muni? Da hat jemand geschossen, sei es, das war ich nicht. Die Sonne Beretta, ne? Ich hab keine Munition dafür, das ist halt das Problem, MP35. Du hast die Munition dafür, Mann. Oder ich hab einfach... Nee, du hast die falsche Waffe genommen. Nee. Du sitzt in den Arm, hast du gegangen? MP18, hab ich auch nix mehr. Ja, dann droppe ich die. Guck das hier mal, guck mal. Kannst du damit erst anfangen? Was denn? Du droppst. Die MP35 oder was? Beretta M38. Leute, da geht die Tür auf. Hier links, links beim Tor, hast du gesehen? Da geht die Tür auf. Hier sind zwei Leute, zwei Leute. Lass mal hier rüber. Lass mal hier über die Warte geworfen. Du hast eine Granate geworfen? Ja. Hast du meine Waffe jetzt auch gesagt? Ja, ja, ich hab 20 Schuss mit der halt nur. Okay, ich hab meine Shotgun noch. Okay, ich glaub, der ist hier lang gelaufen. Ich weiß es aber nicht. Schick, keine Uni. Fuck you, Mann. Das waren zwei Leute. Das waren zwei Leute. Man kann sich auch lehnen, ne? Geht es? Oh ja, die laufen da auf der Straße. Weil die kommen jetzt die Straße runter. Warte, warte. Ne, die laufen jetzt wieder nach rechts. Siehst du, hast du gesehen? Oh lol. What the fuck, Alter? What the fuck? Ich meine, das macht Laserschweckgeräusche, das Teil. Okay, das haben die gehört. Jetzt müssen wir aufpassen. Ich hab mal sieben Schuss, ne? Ich hab acht. Oh fuck, Alter. Aber du hast die Pfanne. Die Pfanne macht One-Shot. Ja, aber da muss er... Wie der sich anschleichen wollte. Was ein Arschloch. Ich hab ne Zigarette, Alter, ne Zigarre. Was? Zeig mal. Ich guck mal sogar ein First Burst, glaube ich. Oh, läuft. Im Bein? Ja. Der läuft gerade an die Mauer jetzt. Mach mal der Anwalt, echt? Nice. Lebst du noch? Ne, ich wollte wie erst das stöckelt. Alles gleich, hau ab. Weiß nicht, was hier gerade passiert, aber okay. Kann ich irgendwie... Hab ich noch Munition? Fuck, Alter. Ich hab fast gar nichts mehr. Aber die haben vielleicht noch was. Aber das sind immer noch nicht die aus der Stadt, ne? Das sind immer noch andere gewesen. Ja, ich weiß. Ein Typ hab ich halt gekillt. Aber das war's dann auch. Fuck, Alter. Nein, ich musste die Nuten. Ja, ich muss... Ich hab aber einen gesehen, glaube ich, gerade, oder? War der da nicht rechts? Ich weiß es nicht. Aber du kannst mir nicht zugucken, oder? Doch, ich kann doch frei sogar umgucken. Ach, was? Wie, du kannst dich frei umgucken? Ich kann jetzt nicht über die Möp fliegen. Ne, ne, aber ich kann jetzt... Ich muss nicht dahin gucken, wo du den guckst. Ich kann jetzt auch nach hinten gucken. Ja, das ist ja geil, Alter. Ich geh mal in den Wald. Vor allem, ich bin da richtig weit rausgezoomt. Ich kann einfach über die Häuser drüber gucken. Lol. Als ob. Du hängst ja ganz hinten bei mir. Lol. Du kannst ja voll stalken, Mann. Du kannst mir ja voll alles durchgeben. Ja, wenn du dich einfach hier hinlegst, ich kann gucken. Alter, wie der Typ mit der Pfanne... Habe ich die Pfanne noch? Ja, habe ich noch. Das Problem ist, meine Pfanne ist halt... Das raschelt halt so, ne? Die sind am Bluten gerade, oder? Wo? An der Leiche, an der zweiten Leiche. Weil, wo ist die? Die Duten, die gerade genau vor, die glaube ich. Ja, am Haus, die du gekillt hast. Ne? Siehst du die? Aber ich habe da was bewegen. Die wurde auch hier vorne gekillt, Alter. Ja, ich weiß, aber da rechts bin ich gestorben vom Haus. Bin ich gestorben. Oh mein Gott. Muss halt laufen gleich, ne? Oh, Leute, links jetzt, links, ja? Ja, ja, ich habe es gesehen. Ja, die haben die gelootet. Ich werde mal eine Zigarre genommen. Oh, fuck. Und da noch eine Ei? Ja, ist noch eine. Oh, Leute, der raucht die Zigarre. Ja, Mann, das ist nur eine, Mann. Ihr Arschlöcher. Guckt vielleicht, ob die was übrig gelassen haben. Ja, eben deswegen, ja. Genau, jetzt. Oh, Leute, die haben auch gar nicht gelootet hier. Hier ist die Zigarre. Was ist das denn? Mosin? Ne. Das ist alles keine Munition, die ich brauche, Mann. Äh, Zone in drei Sekunden. Oh, fuck. Und musst du da eigentlich? Weiß ich nicht. Ah, du musst gar nicht so weit. Sicher? Kannst du auch die März sehen? Ja, ja. Okay. Einfach geradeaus. Ich wollte nur noch 20 Schuss mit der Waffe, das ist halt das Problem. Oh, lol. Oh, lol. Alles klar, ho rein, ciao. Ja, muss los. Nasenbluten, auf geht's. Jungen, wie bescheuert ist das Game, Mann. Das ist so lustig. Ich kann halt kein Close Fight machen, ne? Doch, doch. Du hast Pfanne. Ja, die Pfanne habe ich ja. Ich muss einfach ranjumpen, ne? Nimbus of Dark Pact, was ist das denn? Alles klar, ich habe jetzt voll den Überview. Was ist hier denn passiert, Alter? What the fuck? Oh, wie schnell rennt der denn? Wenn ich da jemanden treffe, ne? Wie schnell der rennt? Das ist für die Gonzales, ey. So, dann nähert sich gerade noch ein bisschen. Ja, ich komme, ich komme. Oh, lol. Ich brauche Munition. Du robb da keine Munition, Alter. Ja, da kommt nur Armor und Leben und so raus. Aber du hast gut Armor. Du hast einen Sandsack. Du hast... Pfannen, Töpfe, Rock. Die Dementoren sind da, Leute. Oh, lol. Okay, ähm... Browning. Ja. Loil. Jetzt kommt der Funman, Alter. Hier haben Waffen, ey. Irgendwas geht denn da ab, Alter. Ich finde die Waffen-Sounds eigentlich mega nice, ey. Ohne Scheiß. Naja. Ich meine, das eigentliche Game soll auch relativ... Ähm... Warte, wenn ich die jetzt mit der Pfanne kille, das wäre so ein Geil... Oder so. Ja. Was ist denn das da für ein Ziel? Hast du das markiert? Ach, dann. Hast du da was markiert? Da ist irgendwie so ein goldenes Ding auf meiner Anzeige. So, kann ich dir irgendwas sagen? Ne, ich glaube nicht. All die, ich glaube, die gehören zusammen, ne? Ich habe so eine interaktive Map hier. Ich glaube, die gehören zusammen. Ich weiß halt nicht, wo die sind, Alter. Das ist halt das Ding. Aber die kam, da kam halt die ganzen Schüsse aus der Richtung. Die haben sich locker da gefaltet. Jetzt sitze ich hier mit meinen Pfannen und, und, und... Och, Mann, ey. Was soll ich tun? Gedürt. Was soll ich tun, sei es. Aber performance-mäßig ist auch ganz nice, ne? Ja, stimmt. Die Schüsse waren ja links. Oh, ja. Ist das nur einer? Das ist einer nur, ja. Aber der spottet vielleicht, der andere vielleicht noch im Bunker drin. Ja, wahrscheinlich. Oder der gehörn wirklich nicht zusammen. Das ist natürlich ideal für dich. Ich meine, das ist ja... Die können sich ja eh nicht hochholen. Ja, eben. Nell, du bist... Oh, was? Der links von dir ist einer. Im Wald. Sicher? Irgendwann im Südost. Ne, doch nicht. Ne, guck. Boah. Eins gegen eins. Wie geht's do it. Mit der Pfanne, Alter. Das war hundertprozentig in dem Tunnel. Links, im Auto ist er unterwegs. 2007, ja. Das war's. Das war's. Bis zum nächsten Mal. knapp ein bisschen zu hoch ohne bist du sogar noch drin theoretisch der ist weiter rechts fritz war es alter jetzt fahne Oh, Granaten. Hast du noch Granaten? Ne, ne? Oh, ja, ja, ja! Oh, nein! Nein! Alter, das gibt's nicht. Nein! Das kann nicht sein, Alter! Wie viel Leben hat der denn gehabt, Junge? Oh, shit! Schade, ey! Ach, ärgerlich! Ärgerlich, ey! Ach, Mann, ey! Mann! Oh, ist das ärgerlich! Es war so schön! 1 2 2 1 2 2 Untertitelung des ZDF, 2020